Hier haben wir den Kärcher Fenstersauger WV50 Plus, den wir mittlerweile seit fast zwei Jahren in unserem Haushalt im Einsatz haben. Wie das Ganze funktioniert und ob es auch taugt, was es verspricht, das klären wir jetzt in diesem Video. Das ist einmal das komplette Set, was im Lieferumfang enthalten ist. Der Kärcher Fenstersauger saugt das Wasser elektrisch ab. Das heißt, beim Fensterputzen müssen wir mit diesem Teil einfach nur über das noch nasse Fenster gehen, um die Flüssigkeit in den Auffangbehälter zu saugen. So haben wir keine Flüssigkeit, die das Fenster runterläuft, auf den Boden kommt und müssen es auch nicht mehr abwischen. Das Ganze kann man hier in die Einzelteile zerlegen. Unten haben wir das Akkuteil mit einem Lithium-Ionen-Akku. Dieser wird einfach mit dem dazugehörigen Ladegerät aufgeladen. Außerdem haben wir hier einmal den Auffangbehälter. Dieser fasst 100ml Flüssigkeit. Der Auffangbehälter hat außerdem eine Markierung, damit wir genau wissen, ab wann er voll ist, um ihn dann einfach auszulehren. Den Auffangbehälter stecken wir einfach in das Akkuteil. Der hat hier so Vorrichtung, da klacken wir den einmal rein, dann ist er fest. Jetzt wird nur noch das Oberteil oben eingeklinkt und schon ist der Kärcher WV 50 Plus zusammengebaut. Das Ganze ist sehr einfach und handlich und wiegt gerade mal 700g. Hier haben wir dann noch die Dose, wo wir quasi das Aufladegerät reinstecken. Wenn das Ganze lädt, dann blinkt es rot und wenn es voll ist, dann sehen wir eine grüne Lampe. Die Akkulaufzeit beträgt ungefähr 20 Minuten und muss dafür 120 Minuten geladen werden. Außerdem haben wir hier so eine kleine Sprühflasche mit einem Wischertuch und einem Aufsatz dafür dabei, die wir persönlich aber eigentlich nicht benutzen. Wir nehmen einfach ganz normalen Lappen, das muss dann ja jeder selber wissen, wie es für einen am besten passt. Reinigungsmittel ist auch schon mit enthalten. Das Ganze können wir einfach auf die Sprühflasche klemmen und dann können wir das Fenster quasi mit dem Reinigungsmittel einsprühen und mit dem Mikrofasertuch direkt behandeln. Um das Gerät zu starten, gibt es oben einen kleinen Knopf, den man einmal betätigt, dann läuft das Gerät. Bei erneuter Betätigung ist es dann wieder aus. Wie sich das Ganze auch anhört, drücken wir jetzt an. Hört sich ein wenig an wie ein Staubsauger, ist aber nicht zu laut. Wie das Ganze in der Reinigung aussieht, zeigen wir jetzt. Das nasse Fenster wird einfach einmal mit dem Fenstersauger abgewischt und das Wasser wird in den Auffangbehälter gezogen. Man sieht es hier nicht ganz so gut, aber die Scheibe ist streifenfrei sauber und wir haben keine Tropfen und absolut keine Streifen mehr. Das Wasser ist komplett in das Gerät gezogen worden. Wir persönlich wollen den Kärcher Fenstersauger WV50 Plus in unserem Haushalt nicht mehr müssen. Er nimmt uns auf jeden Fall einiges an Arbeit ab und kann sogar auch auf Fliesen oder anderen glatten Flächen verwendet werden. Das haben wir persönlich zwar noch nicht gemacht, aber beim Fensterputzen ist er eine wirkliche Hilfe. Klicke jetzt auf den Link im Video, um dir mehr über den Kärcher WV50 Plus Fenstersauger anzuschauen oder den Link in der Videobeschreibung. Falls dir das Video geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen.